Hallo Bremen. Hallo Bremen. Hallo Bremen, ich bin Manolo von Mallorca. Jetzt, bitteschön, kommen Sie nach Freien Markt. Viel Spaß, oder was? Ja, super, genau. Viel Spaß. Ich versuche doch mal ein bisschen rüber zu blitzeln. Kann ich die Hand in der Tasche lassen, oder? Hallo Zlatko Juzunovic, живet ihr und viele Torbar, живet ihr Zlatko Juzunovic. Man muss wirklich kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die Mechanismen des Profusballs schon galt greifen können. Das war... War ein Elfmeter, Niklas Schmidt und Maxi Eggestein. Sorry. Ganz klar, der Käpt'n fehlt Zlatko Juzunovic. Wie sie mit Talenten umzugehen haben, um bei deren... Dann gab es eine weitere Entscheidung, auch die... Verbindung scheint gut zu sein. Mittwoch 18.30 Uhr ist Anstoß im heimischen Weser... Guten Morgen Santi. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Ich bin immer begeistert von der Technik, dass das alles so hinhaut. Florian Kohfeldt wird auch nach der Winterpause... Ähm... Jetzt hakst du gerade. Liegt das an mir? Liegt das an dir? Jetzt bisschen Spaß! Rassita... 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 Ich bin geflasht. Dankeschön. Das hätte ich nie vergessen. Dankeschön. Alles Gute. Frohe Weihnachten. Euch auch. Wir sind immer dabei, Mann. Egal, ob wir unten stehen oder nicht, Mann. Alles klar. Und seit Jahren stehen wir unten drin, Mann. Aber jetzt kommen wir nach oben. Und jetzt kommen wir hoch. Wir saufen international... Das ist deine Stube. Ja, natürlich das ist deine Stube. Und jetzt kommen wir zur Stube. Beide. Ich bin nicht, die Stube. Ich bin ja, sehr. Ich bin ja, sehr. Ich bin ja, sehr. Vielen Dank.